Also, sagst du, wie ich anfangen kann? Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitsch und zu einem neuen Video. Und heute wird gegrillt. Wir machen Pulled Beef. Das braucht mega, mega, mega lange. Ich rechne jetzt mal etwa 8 Stunden. Und ja, ich nehme euch einfach mit. Das ist ein super spontanes Video. Auch wie ihr wisst, spontan ist immer am besten. Also, für das brauchen wir jetzt zum ersten Mal Putztyp, weil der Grill sieht aus wie Arsch. Und darum müssen wir jetzt zum ersten Morgen etwas putzern, oder? Jetzt nehme ich hier mal einen Rohstrahl. Dann muss ich hier die Kohle auch so preparen, dass man dann richtig geil grillen kann. Man merkt es ja, verdammt. Gut, was mache ich jetzt? Verdammt nervig. Also gut. Ich habe alles geputzt. Sehr vorbildlich. Und ich muss jetzt die Kohle füllen, frisch. Dann gar nichts. So, dann setze ich das hier an. Jetzt müssen wir das hier mal brennen lassen, weil wir das Egg auf Temperaturmise bringen, etwa, ja, zu 100 Grad, würde ich sagen. Also, warten wir mal eine Runde. So, und währenddessen das Egg aufheiten ist, haben wir jetzt ein wunderbares, wunderschönes Stückchen Rinder. Schulter. Ah, es ist so herrlich. Zweieinhalb Kilo. Und jetzt würde ich das hier einfach easy peasy würzen. Ich habe hier von Flavors Second One, das ist so etwas rauchiger vom Aroma her, und jetzt würde ich hier einfach die Schultern schön röben. So. Und jetzt kommt das wunderbare Stück etwa drei Stunden auf das Egg, und dann geht es weiter. Gute Nacht, Baby. A tout à l'heure. Das ganze Baby haben wir jetzt etwa drei Stunden im Big Green Egg garen. Jetzt habe ich hier Backpapier, und jetzt mache ich hier so wie ein Bett für unser Fleischstück, das dann hier hinten weitergaren kann. Schaffe es dir auch noch. Mal die erste Lage, um den Teil, den es ein bisschen beschweren, mache ich gleich mit dem Fond hier. Da, 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 da. Oh, es sieht jetzt so geil aus. Oh. Oh, es schmeckt herrlich. Ich tue jetzt von der Brühe darüber, dass es dann wirklich in diesem Päckchen drin kann schwarren und schön Feuchtigkeit röberkommt, so, dass es dann am Schluss richtig schön pullen kann. Und jetzt tut mir das gut. Voilà. Und es bleibt jetzt etwa zwei Stunden hier drin, bei circa 100 Grad, und dann geht's wieder weiter. Ah, freut mich! Und jetzt habe ich, das geht jetzt mal auf deinem Herbst, und ich nehme bei Spanish. Ich nehme bei Spanish. Und ich nehme bei Spanish. Es geht mit spicy. Ich nehme beiан домой, Ich nehme bei fährt, Da, 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 da. Warte, da. Da, da. Da, da. Da Bis zum nächsten Mal.